Vielleicht hört es an meiner Stimme, ich bin mega erkältet und deswegen machen wir das Video zur Sitzungswoche. Diesmal nicht am Anfang der Sitzungswoche, sondern zum Ende der Sitzungswoche. Bevor hier morgen Freitag haut alles ab, dann ist die Weihnachtspause, mal Zeit, um mal ein bisschen runterzukommen, nachzudenken. Und da ich jetzt schon mehrfach gefragt worden bin, woher diese coole Tasse ist, wollen wir das heute mal vor Weihnachten aufklären. Diese Tasse hier habe ich bekommen von Sarah Buddeberg. Sarah Buddeberg ist eine gute Freundin von mir und vor allem ist sie die parlamentarische Geschäftsführerin der Landtagsfraktion in Sachsen. Das ist eine total gute Frau, die hatte diese Idee mit der Tasse und da ich so viele Anfragen bekommen habe, ob man bei mir die Tasse bekommen kann, muss ich das verneinen. Ich habe nur eine, ich passe da sehr drauf auf, aber vielleicht bekommt man sie im Landesverband Sachsen als kleinen Tipp. Einfach mal nachfragen. Ansonsten, hier hauen alle demnächst ab. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder vor der Klausur. Anfang Januar geht die Linksfraktion in Klausur im schönen Brandenburg. Und da werden wir dann klar machen, was wir zum Ende der Legislaturperiode, jetzt in der heißen Phase, sind noch knapp zwei Jahre bis zu den Bundestagswahlen, soweit man das abschätzen kann, was wir machen. Da sehen wir uns dann wieder. Ich werde jetzt mal ein bisschen Bücher lesen, ein bisschen schlauer werden und freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen mit den neuesten Dingen hier von der Linksfraktion. Wünsche allen frohe Weihnachten, guten Rutsch und ein kämpferisches Jahr 2020. Prost!